Yo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Im nächsten Video kommt er an eine Mario Maker Challenge, aber heute habe ich nochmal eine richtig knackige, kleine, schwere Mini-Challenge in Mario Odyssey, die es wirklich in sich hat. Probiert es ruhig mal aus nach dem Video. Das ist wirklich eine schwere Challenge für Profis. Und zwar ist die ganze Challenge im Luncheon Kingdom und zwar genau hier, dort wo ich jetzt hingehe, in diese Höhle. Dort müsst ihr rein und dort gibt es ja eine Passage, wo ihr die Lava-Bubble für braucht. Und dann müsst ihr immer den Baumstern ausweichen, aber Leute, wir drehen den Spieß jetzt gleich um. Denn mit dieser Challenge dürft ihr keine Lava-Bubble nehmen. Ihr müsst das Ganze so schaffen. Sprich, ihr müsst die Baumstämme als Hilfe nehmen, Leute, was wirklich richtig knackig ist. Richtig schwer, weil die sich halt bewegen. Und sobald man einmal die Flüssigkeit berührt, ist es vorbei, Leute. Ich würde sagen, wir skippen zu dem Versuch, wo ich es geschafft habe. Denn ich habe das Ganze live mit dem Mikrofon aufgenommen. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe wirklich circa 25, 30 Versuche gebraucht. Boah, 7840 Münzen. Meine Güte, ey. Ich habe schon ein paar Versuche gebraucht hier. Zack. Triple Jump. Oh Mann, ey. Leute, ich sage es euch. Also, ich schaffe es nicht. Zack, Cap Dive. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So weit war ich noch nie, so weit war ich noch nie, so weit war ich noch nie. Oh. Oh Gott, wo ist der Stamm? Oh Gott, das reicht nicht. Oh nein. Oh, okay. Oh, geschafft. Oh Gott, ich habe gedacht, am Ende verkacke ich noch. Oh mein Gott, Leute. Einmal in die Lava gesprungen. Es ist aber, glaube ich, möglich, wenn man oben mit dem Long Jump von dem Baumstamm springt. Kann man es schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Meine Güte, war das schwer. Ihr könnt es ja mal probieren, ohne Schaden zu nehmen, Leute. Schickt mir das Ganze bei Twitter. Es ist wirklich eine kurze Challenge, aber diese Challenge hat es in sich, Leute. Ihr habt gesehen, wie krass es ist. Und vielen Dank für eure Einsendungen von Mario Maker Levels, die ich auf Twitter bekommen habe. Da habe ich auf jeden Fall einiges zu tun. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und Tschüss, euer Theo.